Deutsche Welle. Kalenderblatt. 11. Februar 1986. Letzter Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke. Es ist eine Szene wie aus einem Hollywood-Film. Bei eisigem Winterwetter warten hunderte Journalisten am 11. Februar 1986 auf den Austausch von Agenten. Drei Agenten aus dem Westen und fünf Spione aus dem Osten sollen auf der Glienicker Brücke die deutsch-deutsche Grenze passieren. Es ist der dritte und letzte Agentenaustausch auf der malerisch gelegenen Brücke, die Berlin und Potsdam verbindet. Vor einer Dreiviertelstunde kam hier plötzlich alles ins Rollen. Die Fotografen erklommen, die Leitern, die sie aufgestellt hatten, brachten ihre Teleobjektive in Position. Von der westlichen Seite rollte eine Fahrzeugkolonne heran, amerikanische Kleinbusse. Als erster darf Menschenrechtler Anatoly Stransky den Ostblock verlassen. Vom KGB in einen viel zu großen Anzug gesteckt, läuft Stransky bis zu dem weißen Strich, der die Grenze markiert. Überglücklich tritt er über die Linie in die Freiheit. Kurz darauf begleitet Anwalt Wolfgang Vogel, der den Austausch organisiert hat, auch die drei Westagenten zur Grenze. Nach und nach nimmt er später die fünf Spione aus dem Osten in Empfang. Aufgrund von Vereinbarungen zwischen den USA und der BRD sowie der UdSSR, der GSSR, der Volksrepublik Polen und der DDR fand heute ein Austausch von Personen statt, die durch die jeweiligen Länder inhaftiert worden waren. Darunter befanden sich mehrere Kundschafter. So berichtet am Abend die aktuelle Kamera, die zentrale Nachrichtensendung im DDR-Fernsehen. Dem Agentenaustausch gehen jahrelange zähe Verhandlungen voraus. Im Zentrum der Bemühungen steht Anatoly Stransky. Als dem russischen Juden 1973 die Ausreise nach Israel verweigert wird, setzt er sich in der Sowjetunion für die Durchsetzung von Menschenrechten ein. 1977 wird Stransky verhaftet und wegen angeblicher Spionage und Hochverrat zu 13 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Vergeblich fordert der Westen seine Freilassung. Eine zentrale Rolle in den Verhandlungen spielt Rechtsanwalt Wolfgang Vogel. Der Ostdeutsche hat das Schicksal tausender ausreisewilliger DDR-Bürger bestimmt. Er hat Häftlingsfreikäufe organisiert und Familien zusammengeführt. Für Ost und West ist er auch der erste Anlaufpunkt, wenn es um den Austausch von Agenten geht. Professor Klaus Schröder, Leiter des Forschungsverbundes SED-Staat der Freien Universität Berlin. Vogel war ein Vertrauter vom MfS-Minister Mielke und hatte auch das Vertrauen des Politbüros beziehungsweise höherer SED-Funktionäre. Und so ist er allmählich in diese Rolle hineingewachsen, dass er derjenige war, der mit dem Westen verhandelte, welche Agenten ausgetauscht werden können, wo sie ausgetauscht werden. Und vor allen Dingen hat er den Häftlingsfreikauf organisiert und hat die Preise festgelegt, hat also die Schachergeschäfte mit dem Westen gemacht. Bereits bei der ersten Austauschaktion 1962 ist Wolfgang Vogel beteiligt. Damals wird der sowjetische Spion Rudolf Abel gegen den von der Sowjetunion abgeschossenen Piloten Gary Powers ausgetauscht. Welche Rolle genau Vogel bei diesen Geschäften spielt, ist bis heute strittig. Also er ist ein sehr zwielichtiger Anwalt, der im Nachhinein, weil die westliche Seite mit ihm verhandelt hat, besser dasteht, als er wirklich gewirkt hat. Er ist kein Vermittler gewesen, sondern er hat im Auftrag der SED-Führung und des MfS dem Westen Geschäfte angeboten. Er ist sozusagen keine neutrale Person, sondern er hat direkt mit der Stasi und der SED-Führung zusammengearbeitet. 1985 organisiert Vogel den größten Agentenaustausch nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein mit Vogel befreundeter westdeutscher Journalist leitet eine Liste mit Namen der im Osten verhafteten Agenten an die CIA weiter. Um ihre Spione aus den Gefängnissen des Ostens zu befreien, stimmen die USA einem Austausch von Agenten zu. 23 Ostspione und vier Westagenten dürfen im Juni 1985 die Klinikerbrücke passieren. Doch den von den USA vehement geforderten Anatolisch Schransky geben die Russen nicht frei. Er sollte zu einer Symbolfigur werden als Freiheitskämpfer und das war der sowjetischen Seite nicht recht, sondern er sollte nur ein einfacher, billiger Agent sein. Und deshalb hat sich das verzögert, weil man sich nicht darauf verständigen konnte, wie er bezeichnet wird. Und indem der Westen darauf bestand, dass er ein Freiheitskämpfer ist und dass er vor so großer Kulisse befreit wird, wollte man vom Westen her zeigen, hier gibt es Leute, die gegen den Kommunismus kämpfen und die holen wir auch raus. Schon kurz nach den Ereignissen von 1985 verhandelt Wolfgang Vogel über weitere Aktionen. Auch die Sowjetunion will den Problemfall Schransky endlich loswerden. Am 11. Februar 1986 ist es soweit. Die USA legen großen Wert darauf, aus dem Austausch ein Medienereignis zu machen. Selbst das Datum ist mit Bedacht gewählt. Genau 24 Jahre zuvor fand an Selberstelle der erste Agentenaustausch statt. Für die beteiligten Staaten mag die Spitzelübergabe von 1962 bedeutender gewesen sein. Doch aufgrund des riesigen Medienechos bleibt der Agentenaustausch von 1986 als der spektakulärste im Gedächtnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 sait man die Spitzelübergabe von Danielle vanne Betten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017